So, herzlich willkommen zurück zum Letzt-Bike von Ori and the Blind Forest. Jetzt mit ganz spontan vielen Speicher-Dingern. Ja, es tut mir leid, es musste wirklich sein. Ich wäre sonst durchgedreht, glaube ich. Wenn ich immer diese Strecke hier hinter mich springen muss, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Das ist dann doch etwas frustrierend auf Dauer. Ich kann es vergessen, Freunde. Goodbye. No! No! Fuck it! Ehrlich jetzt? Ori. Ja, fuck you. Fuck you! Gott sei Dank. So. So. Jetzt aber. Fuck you! Fuck you! So, jetzt mache ich hier ein Ding für den Speicherpunkt hin. Kann ich nicht. Warte. Oh, jetzt kann ich aber. Wie gesagt, ich denke halt wirklich, dass man das so machen muss, dass man das Ding bewegt. Und dann mittendrin halt den Supersprung macht. Anders würde mir jetzt nicht einfallen, wie man das hinkriegen soll. Hm. Ist ja irgendwie so in der Ecke, ja. Würde ich zumindest sagen. Vielleicht sollte ich eher hier speichern. Dann muss ich nicht immer so weit laufen. Latschen. Du kommst nicht hoch. Du kommst nicht schnell genug hoch. Oder du musst das halt machen, wenn der hier rüber. Ah! Ah! Fuck you! Die Kack-Kante. Ah! Do it! Just do it! Fuck you! Ich hasse Zeitsachen! Ah, ich nehme noch. Why don't you fucking jump! Na, ihr wisst, was ich meine. Ist einfach super hard to tell it. Ich komm ja nicht mal auf das andere Ding ruf. Just jump! No! No! Jesus! Shit! 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 Okay. Okay. Zumindest weiß ich jetzt, wie man es machen könnte. Ist gut. Aha! Nein! Oh Gott! Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Da komme ich jetzt irgendwo anders hin, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Oh. Do it! Yes! Hier komme ich doch lebendig hin. Wieder dich! Oh, was ist das? Hier liegt was. Oh ja. Macht den Scheiß an. Okay. Toll. Wo muss ich jetzt hin? Was soll ich denn hier hin? Würde ich jetzt raten. Leck mich am Arsch. Am Po. Ah. Doesn't look too shabby. Okay. Wie? Ich kann in diesem Bereich nicht speichern. Klar kann ich nicht speichern. Wer will mir das denn verbieten? Das dicke Ding hier, oder wat? Ach du Kack. Wat? Das war ja durchaus nett hier. Das ist ja richtig gemein. Das ist ja richtig gemein. Das ist ja garstig. No! Schieb! Schieb es! Oh Gott, ja. Bleib so stehen. Oh Gott, nein, 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 nein! Just do it. Do it! Oh. Dear fucking God. Es ist irgendwo anders, das Ding wieder stehen geblieben. Das ist gut. It's so good. It's so good. Und wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ah. Fuck you. So, also erst mal speichern wir, ja? So. Dann gehe ich hier durch. Und er freue mich dann, dass ich fliegen kann. War ich hier schon mal drin? Nee, sieht nicht danach aus. Lass mal speichern. Äh, wat? Ah ja. Das sah super sympathisch aus. Are you fucking serious? Okay. Ah ja. Ja, das wollte ich. Ich wollte direkt in die Lava springen. Warte, 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 hau, warte. Oh, wow. Oh, I don't understand. I don't understand. Fuck off. I don't understand. Yes. Oh, yes. No, yes. Oh. So. Ja, nee, das wollte ich eigentlich nicht verlassen. I'm not a big fan of this bullshit. No, why, 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 shit, why, why, bullshit, bullshit. Cheese. Cheese, cheese, mehr. Cheese, mehr. Bullshit. Bullshit. Das ist ja super gemein eigentlich. Also... Entschuldigung, aber ja, das ist ja... Cheese doch, Leute! Ja... Do it. Why, 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 why? No, shit, no, shit. Shit, 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 yeah. Oh, shit. Bull. Bull. Na, Bullshit. Oh, God, you're so stupid, I don't like it. It's bullshit. Ich glaub, wir mal an irgendwelchen Kanten hängen. Ah. Und jetzt plötzlich will ich springen. Das ist ja toll. Und jetzt plötzlich will ich springen, das ist ja toll. Why? Bullshit. So much bullshiiiiiiiit. Why? 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 No. How am I supposed to get up there now? No! No! Oh Gott sei Dank. Ja. Bullshit. No! Just so Bullshit, Alter. Also ohne Schießwässer hier einfach nur so am abkacken. Why? It's just so bad. I hate this game, it's so Bullshit. I just can't... Shit. So much shit. So much shit. No, I... Bullshit. 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 Oh. Ja. Nein! Nein! What? Why? Nein! Die Kanten! Die Kanten! Ich hasse diese Kanten! Die Kanten! Er freut mein Herz immer so doll. Könnt mich alle am Arsch lecken, wenn ich... What? Ich bin ges... Riesel! I'm gonna die... So bad... Nee... Nee... ... ... ... Und jetzt was? Was soll ich machen? Achso, ja. Mach einfach. Ist mir egal. Einfach so furchtbar. Ich muss jetzt... Natürlich muss die Scheiße wieder zurück, oder? Ich muss die Scheiße zurück. Ich muss dir euch mal vorstellen, ich muss jetzt die Rotze wieder zurück. Ja, ach, leg mich im Arsch. Wie sollst du hier zurückkommen? Kann ich nicht... Gibt es hier nicht einfach so was, wo ich zurückgehen kann? Natürlich nicht. Ja, leg dich auf. Schieß doch, wenn du... Warum schießt ihr denn nie, wenn ihr schießen soll? Dann schießt ihr sonst wo hin, dass ich die Dinger nicht krieg. Oh ja, komm. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Alle voll am Po. Ja, leg dich im Arsch. Nein! Ja! Fuck you. Es ist mir egal. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Heißt du. Thank you. Thank you. So much bullshit. Nein! So, hier drüben kann ich nicht hin. Ist es hier oben? Das wäre natürlich ein bisschen scheiße für mich jetzt. Das heißt, dass ich hier wieder hoch muss. Tschüss, doch. Okay. Ja, ich muss hierhin, offenbar. Glaub ich, ich das anstellen soll. I don't know. What? Nein! Ja, jetzt habe ich das Vieh wieder tot gemacht. Das ist immer dasselbe. Leck mich hier. Ab in die Flammen! Kann ich mich zum Arsch nehmen im Kaffee. Hier war ich noch nicht. Gut. Speicherbar. Was muss ich denn hier machen? Wie? Wie jetzt? Was? Ahja. Nein! Wieder rein! Ja, das war super nicht sinnvoll. Aber wie auch immer das Ding jetzt aufgegangen ist. I don't know. Praktisch nicht. Ja, okay. Ist toll hier jetzt grad. Oh Gott. Just do it! Ist ja voll lustig ehrlich. Springen hoch! Ach, Uri. Oh Gott. Das ist drin. Ah ja. Letz. Aber. So, das ist drin. Es hat nur das. Ja. Ah ja. Oh ja. Ich weiß das. Was machst du jetzt, wenn die wegziehen? Keiner weiß. Ich spring jetzt einfach wieder in die Flammen, Alter. Leck mich im Arsch, ehrlich. Hier, dieses Kackspier rückt mich so auf. Sterben, fand ich. Was? Okay. Möchte ich die Dinger alle komplett machen? Echt? Na gut, das ist ja ein bisschen still. Wenn du einmal oben bist, muss die Finger kaputt machen. Das ist ja... Okay. Sowieso. Das ist ja auch interessant. So. Wo ist das denn jetzt? Ist das da, wo ich war? Ist das hier? Also irgendwo hier so ist das. So. So. Hier vielleicht? Sieht gut aus. Okay. Okay, R Heavy. So, das war das, dass da was ist, Das ist schon ein bisschen scheiße, was? Ja, schuue. Pakku, pakku. Ach ja, das ist die letzte Arsch. Ich verspeichere. Okay. Okay. Wieso? Wieso? Dieses Kackvieh, Alter. Es ist so gay. Es ist so gay, dieses Kackvieh, ehrlich. So. Halt dich fest jetzt. Ja, genau das wollte ich tun. Genau das. Nichts anderes. Du hast immer weniger Zeit auf die andere Seite zu klettern. Das ist doch behindert. Wirklich jetzt. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt zu sagen sollt. Ich bin entsetzt. Nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Ja. Nein, oh Gott. Ah nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Oh. Sprecher. Fuck you. Sein Kackviehcher. Fuck you. Ich könnte mich auch noch im Arsch nehmen, das ist ehrlich, fuck you. Ich habe das Ding schon angefasst. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso kriegst du mir sonst noch einen Schaden? Wir sind für ein Krackvieh. Ich sage es euch, das ist so eine Krankheit. Krankheit. Wie schnell du hier einfach sinnlos sterben kannst. Das ist halt echt WTF. Was ist das für Spaß hier schon wieder? Ja, na klar, what? Ja, na klar, ach, what? Oh, no, no, it's just, no. No, 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 no. Warum kommt das von oben? Wie soll ich das machen? Ja! Warum bist du so langsam? Oh, wie? Du pisst mich an! Du Kackvieh jetzt! Fuck you! Meine Gülle! Das ist nicht normal! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ja, leck mich doch am Arsch! Ja, ich sterbe gerne! Das mach ich voll gut! Warum? Ich sterbe so oder so, oder wie? Darf ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Hä? Das ist doch so. Ich verstehe! Ich verstehe!